Ach komm schon, jetzt geht er hoch. Wie weit bist du mit deinem Hack? Fertig. Okay, ich mach jetzt gerade den. Jeder, der eine Sicherung weiter betreten oder verlassen will, wird angegriffen. Bei mir ist gerade ein heißes Zone. Geht's bei dir? Ja, geht. 75% Bist wohl zu feige, um richtig zu kämpfen. An mir kommt er nicht vorbei! Vorrücken! Ich schnappe mir den... Uuuuund... Komm endlich raus, du mieses Externe! Verdammt, 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 verdammt. Fertig! Gut, noch ein Dase-Zugang, dann können wir die EMPs finden. Du hast zu eben deinen letzten Fehler begangen! Pardler! Vorstoßen, ich schichere! Brauche Feuer, schuss dich hier rein! Na klar, versteckt sich wie ein Feigling! Die sind ja lustig. Hast du den da hinten jetzt gar nicht gehackt, oder... ...wird der jetzt nicht richtig angezeigt? Der hinten wird gerade gehackt! Hey! Tachsiedler! Ach so, den hast du schon. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil die Zeit hat darüber angezeigt. Und ich... Hey! Hab ich getroffen? Ich werde die Tangos ausschalten. Helfe die Bereitschaft! Werfe Pressgranate! Das wirst du bereuen, Suka! Machen wir ein bisschen Lärm. Ab ihn! Gut, gut, gut! Gut, gut, gut! Hinter dir! Ja, stehen wir auf! Jaaa, der ist aufschlafen! Sehr schön, danke! Seid mir ein hässliches Gesicht! Kein Problem! Oh, 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 oh! Oh! Polity! Großartig! Haben Sie gehört, Valentin? Da ist ja! Da ist abgeschlossen! Erwarten weitere Befehle! Jetzt müssen wir uns um die JDAM-Systeme kümmern! Sie werden vermutlich in einem Raum auf der anderen Seite des Archivs aufbewahrt! Finden Sie die Längsysteme und rösten Sie sie mit einem EMP-Impuls! Okay, ich muss aufpassen! Ich werde renniere darauf, dass das der Kontrollraum ist! Ja! Halten Sie dagegen? Willst du das zuerst mal? Wenn das der Raum ist, müssen wir einen Zugriffspunkt finden! Ich schnapp die mir! What the fuck? Du scheiße! Hats off! Schieß off! Schieß einfach drauf! Schieß einfach drauf! Schieß einfach drauf! Ne... Am besten ich geh mal rüber! Ja... Ne... Ich probier's einfach mal! Ich geh rüber... Heli... jetzt müssen wir uns um die JDM-Systeme kümmern sie werden vermutlich in einem Raum auf der anderen Seite des Archivs aufbewahrt okay ich konzentriere mich jetzt ich wette ein Bier drauf, dass das der Kontrollraum ist halten Sie dagegen? Ruhe, wenn das der Raum ist, müssen wir einen Zugriffspunkt finden für mich siehst du lustig aus da rum halt die Klappe so, ich übernehme mir mal das Geschütz ich schümm mich hier hin und hab mir alle, die an dir vorbeikommen wenn irgendwer vorbeikommt wenn kommt der jetzt jemand? müsste er eigentlich schon wegkommen ja schieß mal hm ich glaube, die waren so gut das niemand kommt okay, jetzt ist erledigt ich hab mich sogar so so troll gefreut dann freu dich später nochmal hm hm stell dir vor, wie wir rüst uns gerade aus der Fahrbahn kommen da unzählige von Leuten hinter uns das kann ich mir zwar nicht vorstellen das kann ich mir zwar nicht vorstellen hm 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 hast du wieder die MP5? ja sicher wie immer die Sicherheitssysteme wurden manipuliert Notprogramm gestartet verlassen Sie unvertrüglich also ich die Schrott hinterlassen du kannst die Schrott hinterlassen warte mal kurz, ich sollte mir die mal aufrüsten hm boah zweifache Optik und die Genauigkeit ich warte hier weißt du was ich das erste mal gemacht habe als ich diese Mission gespielt habe mit meinem Cousin jetzt kommt's ich bin einfach durchgerennt mit der Schraubflin und habe alles niedergemacht unglaublich ja aber es hat sogar funktioniert ich bin nicht drauf gegangen ja das funktioniert, das zweifle ich nicht ich glaub das geht dann nur ein bisschen am Titel vorbei ja halt Stealth Shooter die zweite Generation dieser Dinger ist sehr gut gegen Störimpulse abgeschirmt oh yeah ein doppelter EMP Impuls dürfte genügen wie sie geht weißt du was ich mal mit dir versucht wollte du willst wieder Leute auf mich schärfen ne ich hätte geraten dass wenn du nimmst dir einen also du schnappst dir einen und ich schnapp mir einen und dann stellen wir uns gegenüber und hauen die beide auf uns zu vielleicht treffen sich die zwei in der Mitte können wir machen ich versuche es wenn wir beim 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 ladung platziert was jetzt hm warte mal da kommen jetzt ein paar und da können wir uns jetzt zwei schnappen probieren wir es gleich hier aus sie müssen da sofort raus nur einen ausschalten nein wieso wieso komm später ja wenn ja jetzt sind es ja unzählige ja wir machen das wenn wenn noch zwei übrig sind wenn es ganz einfach ist ja jetzt wärs grad ganz einfach ach ja stelle ich so weil jetzt kommt die action jetzt kommt die instant action jetzt geht's rund ich weiß ich rede nur scheiße du könntest vielleicht einer auch schalten wir machen euch jetzt noch einmal richtig weh bevor man das gewehr oben nervt da steckt genau im falschen moment haben sie sich